hallo und herzlich willkommen bei ubi testet heute steht er wieder vor der kamera der skoda kamik ja aber diesmal nicht um ihn ausführlich vorzustellen denn das habe ich ja bereits getan das video verlinke ich euch oben rechts das könnt ihr euch dann anschauen heute geht es um etwas besonders heute schicken wir wieder ein fahrzeug auf unsere verbrauchsfahrt ja genau und zwar diesmal diesen skoda kamik 1.0 g tech das hier ist also ein erdgasfahrzeug unter der haube haben wir einen dreizylinder mit ein liter hubraum 90 ps leistend 160 newtonmeter drehmoment sechsgang handschaltgetriebe und damit geht es jetzt auf die verbrauchsrunde wir fahren zehn prozent stadtverkehr wir fahren 40 prozent autobahn mit einer höchstgeschwindigkeit von 40 140 stundenkilometer und überland farmer 50 prozent die strecke sind rund 110 kilometer aber das werdet ihr alles gleich noch mal eingeblendet bekommen jetzt geht es erst einmal zur tankstelle wir schauen ob der tank voll ist und ab da geht dann unsere verbrauchsfahrt auch los jetzt viel spaß mit der verbrauchsfahrt skoda kamik g tech dr 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 90 ist unser Abfahrtkilometerstand und jetzt geht es raus zum Tanken. Heute die Besonderheit, Erdgas wird getankt. Erdgas tanken an sich ist auch keine Problematik. Wir haben hier einen Benzin- und einen Erdgas-Tank. Wir haben 13,8 Kilo Erdgas-Tank. Das sind drei Tanks, die hier verbaut sind im Boden. Deswegen ist der Kofferraum etwas kleiner. Laut Norm sind es 283 Liter. Das ist gegenüber den 400 Liter Standardvolumen, die wir hier sonst haben beim Karmic, etwas verkleinert. Das ist aber auch einzig und allein dadurch spürbar, dass lediglich das Unterflurfach nicht nutzbar ist. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gehen wir hier tanken. Einmal ran mit dem Hebel hier. Schauen wir mal, ob alles auch wirklich korrekt getankt wurde. drauf, zu, dann ist der verriegelt und Start-Taste. Jetzt gucken wir mal, wie viel da reingeht. Nämlich gar nichts, also er ist tatsächlich voll. Wie wir sehen, da geht nicht wirklich was rein. Also stoppen wir das Ganze, machen hier unseren Hebel wieder auf. Ich gehe kurz zahlen und dann geht es los. Fahr mal auf unsere Tour. Fahr mal auf unsere Tour. Fahr mal auf unsere Tour. wir sind angekommen mit dem skoda kam ich an der tanksteule und schauen erst einmal hier kurz auf dem bordcomputer 220 kilometer reichweite mit cng 110 mit benzin der langzeitverbrauch den wir genullt haben der steht bei 4,5 kilo auf 100 kilometern 3097 ist unser kilometerstand und jetzt geht es raus ans tanken erst einmal wieder unseren rüssel hier drauf auf den stutzen heute sind wir tatsächlich etwas weniger strecke gefahren das liegt aber auch daran dass leider eine baustelle auf unserem stammweg war und somit leider nicht die komplette strecke gefahren werden konnte aber wir sind ja immer noch über die 100 kilometer auf alle fälle gekommen vom mix bleiben wir übrigens weiterhin so bestehen wie wir das auch auf unserer stammstrecke haben aber ihr habt euch die strecke ja jetzt auch schon angeschaut wie wir gefahren sind heute das ist vom mix immer noch genau das gleiche wir lassen jetzt mal unseren tankvorgang hier noch mal beenden schauen was reingeht und dann gibt es noch das abschließende fazit was wir denn ausgerechnet haben für unsere tankungen wir sind angekommen am ende dieser verbrauchsfahrt mit dem skoda kam mit erdgas antrieb unser erstes erdgas auto auf dem kanal auf der verbrauchsstrecke und da hat er sich ganz gut geschlagen finde ich oder was meint ihr 4,06 kilo haben wir verbraucht auf 100 kilometern das heißt wir haben einen kosten von rund 4 euro 50 auf 100 kilometern gerade mal gehabt das ist schon sehr sehr ordentlich wenn man das jetzt auf benzin hochrechnet da müsste schon sehr sehr sparsam benzin oder diesel haben ja vom fahren muss man sagen im erdgas betrieb merkt man gar nicht erfährt sich wie jeder verbrenner auch er fährt angenehm ruhig der motor ist natürlich mit 90 ps und 160 newtonmeter nicht der kräftigste aber es reicht vollkommen aus für den alltag auf der autobahn mit 140 150 fühlt er sich ja auch wohl wie wir jetzt gesehen haben 140 sind wir maximal gefahren im top speed ab 21.940 euro geht es los für den skoda kamik mit erdgas antrieb und das sind 1250 euro mehr als für den verbrenner mit 95 ps ich würde sagen das ist eine ganz gute geschichte vor allem den vorteil holt man dann über eine längere haltedauer auf alle fälle wieder rein mit den spritkosten das muss man klar sagen so wie unser testwagen übrigens hier steht liegt dabei knapp 30.000 euro ist natürlich gut ausgestattet es fehlen hier zwar paaren option aber nichtsdestotrotz vielen dank fürs reinschauen jetzt schreibt mir unten in die kommentare was ihr zum skoda kamik geht er sagt wie ihr das video fandet verpressungs vorschläge kritik oder ähnliches unten in die kommentarbox und vergesst nicht den kanal zu abonnieren das ganze zu liken und dann sehen wir uns auch demnächst möglichst flott wieder mit dem nächsten fahrzeug auf der verbrauchsrunde oder im review tschüss und servus euer ruby